So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Modul Enterprise Transformation. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir besprechen heute die Grundlagen des Business Engineering. Es geht vor allem um die Elemente und die zentralen Begriffe der Strategie, des Prozesses und des Systems. Ja, Business Engineering haben wir im letzten Video bereits an einem Satz erläutert. Und zwar, es handelt sich um die Zusammenfassung zahlreicher einzelner Ansätze zur systematischen Transformation von Unternehmen und zählte auf eine holistische Neugestaltung ab. Wir haben ja im letzten Video mit dem Oberthema holistisches Transformationsmanagement begonnen. Schaut euch die Inhalte dazu gerne bei uns auf dem Channel in der Playlist Enterprise Transformation an. Den Rest packe ich wie immer unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Wirft auch mal einen Blick auf unsere Webseite, denn dort findet ihr alles, was wir hier auf YouTube behandeln, in Form von Fragenkatalogen bereitgestellt. Und neuerdings auch in der Datenbank mit Fachbegriffen. Und wenn ihr dann noch Fragen, Kritiken, Anregen etc., nutzt gerne die Kommentare. Heute möchte ich etwas zum Business Engineering grafisch mit euch besprechen. Und zwar fangen wir direkt an hier mit den wichtigen Elementen. Dem Markt, dann dem strategischen Geschäftsfeld und der Marktleistung. Die bringen wir jetzt erstmal in Zusammenhang zueinander und diese drei Pakete umfassen die Strategie. Und ja, lass uns direkt mal anfangen und zwar einmal mit dem Markt. Ich mache das hier handschriftlich, weil das nicht so viel aufzuschreiben ist. Dann haben wir das strategische Geschäftsfeld. Strategisches Geschäftsfeld. Übrigens, ich werde die Folie auch wieder in der Bibliothek auf unserer Webseite bereitstellen. Geschäftsfeld. Und dann hatte ich gesagt, Marktleistung. Also schreiben wir hin, Marktleistung. Rechts lasse ich noch ein bisschen Platz, da wollen wir gleich noch was hinschreiben. So, Marktleistung. Und zwar vom Markt hin zum strategischen Geschäftsfeld, weil der Markt das Geschäftsfeld beeinflusst. Also von hier nach hier, weil Markt beeinflusst, ich schreibe das mal hier hin, beeinflusst das strategische Geschäftsfeld. Und dann vom Geschäftsfeld hin zur Marktleistung, weil das Geschäftsfeld eben eine Marktleistung anbietet. Also bietet an, schreiben wir so hin, bietet an. So, das erstmal hier zum ersten Package Strategie. Ich schreibe das hier unten auch direkt einmal hin. Und zwar, das wäre jetzt hier Strategie. Den Kasten, den machen wir am Ende noch drum, wenn da noch ein bisschen Platz ist. Ich kann es noch schwer einschätzen. So, dann kommen wir zum Prozess. Und hier haben wir die drei Pakete, Elemente, Aufgabe, Prozess und Leistung, die wir in den Zusammenhang setzen wollen. In Verbindung mit den drei Elementen, die wir ja schon haben. So, und zwar das strategische Geschäftsfeld verwendet einen Prozess. Also gehen wir von hier einfach mal hier runter und schreiben hier einfach mal Prozess hin. Dann haben wir die Aufgabe. Und ein Prozess besteht aus einer Aufgabe bzw. mehreren Aufgaben. Und dann müssen wir natürlich noch die Beziehung zur Leistung selbst herstellen. Und zwar eine Leistung wird entweder produziert oder sie wird konsumiert. Also vom Prozess hin zur Leistung. Und diese wird entsprechend produziert. Produziert oder konsumiert. So, und dann fehlt uns noch ein Pfeil. Und zwar von der Marktleistung hin zur Leistung. Eine Marktleistung kann eine Leistung sein. Also müssen wir hier auch noch mal kurz die Beziehung herstellen. Und dann hätten wir hier einmal kann sein. Jetzt habe ich hier an einem anderen Pfeil noch was vergessen. Und zwar ein strategisches Geschäftsfeld verwendet einen Prozess. Und hier hinten beim Prozess zur Aufgabe hat ich ja gesagt, besteht aus. Also schreiben wir das hier auch nochmal hin. Das ist übrigens auch so in der Übung, habe ich das kennengelernt. Und ich wollte es auch nicht vorenthalten und das auch mal eigenständig nochmal skizzieren. So, und das ganze Paket, diese Ebene hier, das ist eben der Prozess. Und den finden wir dann eben auch hier nochmal konkret als Element angegeben. Ja, und dann noch eine Stufe nach unten. Und zwar zum System. Von der Strategie zum Prozess zum System. Und vom System aber auch wieder hoch zum Prozess zur Strategie. Also wir könnten theoretisch, das mache ich ja beim Ende, nochmal hier auf der linken Seite noch ein paar Pfeile notieren. Wir hätten jetzt die Elemente der Funktion. Der Applikation, der Datensammlung und eben der IT-Komponente. Also erstmal hinschreiben, Funktion. Machen wir das einmal hier. Funktion. So, und die Funktion unterstützt die Aufgabe. Also machen wir hier einfach mal so ein Pfeil hoch. und schreiben hier nochmal hin, unterstützt. So, dann haben wir die Applikation mit Doppel-P. Die Applikation. Und die Applikation führt die Funktion aus. Man hätte es auch von unten nach oben skizzieren können. Wie gesagt, ich habe jetzt oben angefangen, bin nach unten gegangen. Und ja, das seht ihr aber gleich noch. Und dann haben wir noch die Datensammlung. Und die Applikation greift auf eine Datensammlung zu. Also, Applikation, dann hin zur Datensammlung. Datensammlung. Da sind wir wieder bei unseren Technologien. Zum Beispiel Big Data. Haben wir schon besprochen. Und greift zu, oder greift auf die Datensammlung zu. Wie auch immer, greift zu. Das reicht aus. Und dann fehlt es noch eine Sache. Und zwar die IT-Komponente, hatte ich gesagt. Und die müsste unterhalb der Applikation sein. Und zwar IT-Komponente. Und von der Applikation, ein Fall hin zur IT-Komponente. Die Applikation läuft auf der IT-Komponente. Läuft auf IT-Komponente. So, und das ganze Package hier, die Elemente, ist dann das System. Und dann hätten wir alle Elemente hier vom Business Engineering. Das sind alles noch Grundlagen hier. Ich gucke jetzt noch mal kurz, ob uns eine Fallspitze irgendwie entgangen ist. Aber das sieht soweit gut aus. Jetzt kann man hier noch. Ich mache das mal ein bisschen dünner hier. So, jetzt kann man hier noch das ein bisschen trennen voneinander. Oh, da habe ich das falsche Tool. Das ist aber kein Thema. So. Und dann kann man jetzt quasi hier noch sowas machen. Dass man nochmal so die Ebenen an sich nochmal so ein bisschen trennt. Das ist jetzt hier allerdings, ja, sieht einfach nicht so schön aus. Ich mache es trotzdem einmal. So. Hier müssen wir es ein bisschen nach links noch ziehen. Weil da will ich auch gleich noch was hin machen. So. Dann könnten wir hier den nächsten Kasten ziehen. Das ist dann leider ein bisschen, ja, nach der Folie meine ich sah es etwas schöner aus. So. Mal so ein bisschen hoch hier, beziehungsweise so. So. Oder ich mache es ein bisschen weiter runter, dann passt das. Das sind jetzt Zeichenungenauigkeiten. Da kann ich jetzt halt auch nicht viel machen. So. Klar, man hätte das alles vorzeichnen können. Oder ich hätte irgendeine Abbildung aus dem Buch wieder nehmen können mit Quellenangabe. Aber, ich weiß nicht, dadurch lerne ich persönlich nicht so viel. So. Und dann haben wir hier noch das letzte Paket, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, dass wir außen halt auch nochmal so ein paar Pfeile hinmachen könnten. Denn wir lesen das von oben nach unten, können aber dann von unten wieder nach oben gehen. Also. Wir gehen von der Strategie hier runter zum Prozess. Aber wir können auch vom Prozess wieder hoch zur Strategie gehen. Und wir können natürlich vom Prozess dann auch runter gehen zum System. Aber vom System auch wieder hoch zum Prozess halt gehen. Dass ihr das auch nochmal im Hinterkopf habt. Und ja, dann ist die Grafik soweit fertig. Wenn ich irgendwas vergessen habe, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Text für euch. Zur Strategie, zu den Prozessen und zu den Systemen. Und dann machen wir direkt hier einmal das mit der Tastatur. So, ich mache das auch rot, weil ich glaube, das passt dann auch besser hier. Also. Die Strategie bestimmt die längerfristige Positionierung eines Unternehmens im Markt. Und die Form der Leistungserbringung. So, das habe ich jetzt auch mit dem Foliensatz entnommen. Das packen wir jetzt hier hin. Aber ihr solltet natürlich ein paar zentrale Begriffe hier nochmal definieren können. Dann haben wir den Prozess, beziehungsweise die Prozesse dienen der Umsetzung der Unternehmensstrategie und erbringen die eigentliche Unternehmensleistung. Durch was? Durch die Ausführung einer Abfolge von Aufgaben. So, Formatierung gefällt mir hier noch nicht. Wie gesagt, das gibt es alles auf der Webseite in der Herzfolie. Deshalb will ich schon ein bisschen, dass es vernünftig aussieht. Hier kommt auch ein Punkt hin. Und dann hätten wir noch einmal das System oder die Systeme unterstützen die Prozesse. Aber wie? Und zwar indem sie für einzelne Aufgaben IT-Funktionen zur Verfügung stellen. So, und dann wären wir auch soweit fertig. Dann haben wir einmal das Business Engineering in einem Satz hier oben definiert, erläutert. Reicht erst mal aus. Wir haben uns eine kleine Grafik erstellt zum Business Engineering mit seinen Elementen, die ihr alle im Hinterkopf haben solltet und in Beziehungen, in Zusammenhang setzen solltet. Und dann diese drei zentralen Ebenen, beziehungsweise die drei zentralen Begriffe hier. Strategie, Prozess und das System. Auch dazu jeweils nochmal einen Satz. Das kann man sich gut auf dem Kartellkirchen notieren und die Grafik vielleicht einmal auf Papier irgendwie eigenständig nochmal zeichnen. Vielleicht könnt ihr dadurch sie euch besser merken. Das soll es für mich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.